jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe für das focus laufräder bekommen und dieses laufrad wenn wir es an das focus basteln und das ganze mal auf mallet umrüsten und das war ja so ein punkt den wollte ich schon lange erledigt haben nach dem cockpit bin aber nicht dazu gekommen und jetzt habe ich die möglichkeit bekommen vom thomas die hier mal auszuprobieren haben das halt perfekt für mich hier ist eine kassette schon dran und so weiter ich hoffe jetzt es passt alles ihr wisst ja ich bin nicht so der übelste schrauber aber ich werde es trotzdem probieren dass auf die kette zu bekommen bzw aus fahrrad zu bekommen außerdem ich weiß nicht ob ihr es sehen könnt die reifen sind richtig fett ich hoffe dass der reifen überhaupt so da hinten drauf passt sonst habe ich aber noch die winter reifen die magic mary dann könnte ich auch aufziehen aber um zeit zu sparen wäre natürlich super wenn das sofort passt also legen wir mal los mit der bastelei so schwer leute ich weiß ja nicht wie geht es euch ich bin immer nervös wenn ich am fahrrad schraube dass ich irgendwas kaputt mache oder so naja ich hoffe es geht alles gut und vor allem wäre es halt ein traum wenn es wirklich klappt dass ich einfach nur die bremsscheibe dran haue und das rad einsetze und das funktioniert das wäre natürlich mega wobei ich nicht weiß ob mir diese fetten reifen gefallen achse ist draußen ja und zweitens weiß ich auch noch gar nicht natürlich ob mir das überhaupt gefallen wird also ob ich überhaupt hier zufrieden bin mit dieser mallet umrüstung das kann natürlich sein dass wir das gar nicht taugt und dass ich mich echt schon an diese 29er gewöhnt habe ich bin jetzt super lange auch das fokus gefahren weil ich krank war und nicht bergauf fahren wollte und da habe ich so für mich gemerkt krass ich habe eigentlich mich echt daran gewöhnt und fand jetzt das 27 5er einfach gar nicht mehr so krass geil gut der erste schritt ist jetzt getan die bremsscheibe ist ab jetzt muss ich nur herausfinden wie ich dieses teil hier abbekomme dass ich da schrauben rein drehen kann das würde schon einfach passen aber da ist ja nichts zum rausschrauben naja googeln wir mal ein paar mal ne ganz ehrlich ich glaube das abenteuer ist schon vorbei weil mir das werkzeug fehlt ne ich habe ja ich habe kein werkzeug um diesen magura lockring hier zu entfernen das heißt ich weiß gar nicht wie ich das machen soll da ist auch so ein ding drauf ja ohne diesen lockring zu entfernen das ding halt nicht ab da es mir an diesem tag mit dem werkzeug mangelte habe ich einfach wieder zurückgebaut und das projekt auf mallet umbauen war erstmal fürs erste abgeschrieben bis ich dann vier monate später irgendwie wieder bock hatte das projekt nochmal in angriff zu nehmen was geht ab leute herzlich willkommen in der werkwerkstatt improvisiert wie immer ich habe ja das ist schon echt lange her vom thomas hier diesen satz 27 halber reifen bekommen und wollte das fokus ja auf mallet umbauen und ja da hat mir so ein bestimmter schlüssel gefehlt wegen diesen magura lockdings bums das haben wir aber heute besorgt und ihr seht ich bin schon ein bisschen am basteln weil ich muss die kette kürzen und habe erst mal euch das elend erspart herauszufinden wie ich eine kette kürze deswegen sind wir jetzt sozusagen ein bisschen fast forward hier und ich muss jetzt nur noch die bremsscheibe montieren und dann ist das nächste experiment um zu gucken muss ich dann auch hier den adapter verändern vielleicht brauche ich auch einen neuen oder passt dann auch noch nicht werden wir auf jeden fall sehen ich bin sehr gespannt wie das ganze hier am ende ausgehen wird weil ich bin jetzt ja auch nicht der über mechaniker pro ich glaube das hier das kriege ich jetzt alles ganz gut hin kette kürzen kriege ich jetzt auch hin also alles ganz gut so jetzt kommt unser neues tool jetzt zum einsatz nicht nur gucken ja auf jeden fall bin ich super gespannt wie das ganze dann funktioniert bitte funktionieren ja das funktioniert geil und das große bevor es jetzt richtig festschrauben ich kann bestimmt den drehmomentschlüssel von den autoreifen nutzen gucke ich jetzt erst mal ob die bremsscheibe da rein passt weil davor habe ich echt verneuer das ganze ist übrigens wenn man weiß wie es geht wirklich nicht so schwer allerdings wenn man nicht weiß wie es geht ist das ganze ein bisschen trickiger als man denkt aber wir werden jetzt sehen das ist jetzt tief wir wollen ja die position und dann passt es tatsächlich nicht den bremssattel war ja schon irgendwie logisch jetzt werden wir doch den adapter von dem bremssattel hier runternehmen und dann war ich bezweifle aber dass der bremssattel dass wir dann nicht vielleicht doch einen ganz anderen adapter brauchen ich glaube nicht dass das so einfach passt ja dann muss ich eigentlich auch gucken habe ich hier einen anderen reifen drauf machen er ist ja ultra fett kann ich weiß was hier ist der normale magic mary und hier ist der fette ist auch echt schwer ich weiß nicht ob das ich mir gefallen tue dass das fokus noch viel schwerer wird naja bremssattel runter und dann gucken wir weiter Leute das war der größte akt ever weil ich keine 203er scheibe dran habe hinten sondern 220er und einfach immer irgendwas geschliffen hat bis der adapter angepasst hat jetzt haben wir echt viel viel improvisiert so mit unterlegscheiben damit wir es morgen einmal testen können ja ich werde jetzt einmal den berg runter wollen gucken wie es sich anfühlt und dann schauen wir mal ich glaube ich das ist einfach verklebt mit dichtmilch gewesen deswegen füllen thomas und ich nie tüples milch durchs ventil hier zuerst hat gar nicht gebremst vielleicht weil es ist ein bremses und dann ging es aber ich weiß echt nicht ob ich diesen fetten reifen darauf haben will also umbauen tue ich jetzt erstmal eh nicht mehr ne also heute machen wir es nicht mehr auf tubeless also ich finde sie sieht gar nicht schlimm aus mit dem reifen sag ich dein ernst oder findest du ja nicht voll horrormäßig fett hinten ne so horrormäßig nicht was geht ab leute wir sind bei tag nummer zwei ich habe mich entschieden weil der reifen mir einfach zu dick ist im gegensatz zum normalen magic mary dass ich noch kurz einen anderen reifen aufziehe und zwar meine winter bereifung ist auch ein magic mary allerdings mit fetter karkasse und ultra soft ich wollte ich noch kurz erklären was ich gestern so gemacht habe weil es war echt eine lange tortur als allererstes hier einmal den flipchip geändert das steht jetzt auf low dazu gab es beim focus ein extra adapter und dann habe ich richtig lange gestruggelt wie man ja den bremssattel wie er drauf kriegt das hat irgendwie nie gepasst und ganz komisch und ja jetzt haben wir hier so gearbeitet und testweise jetzt mit so einer unterlegscheibe und jetzt passt es so einigermaßen aber optimal ist das nicht ich hoffe es reicht für so einen test run dann die kette um drei glieder gekürzt das war easy peasy war gar kein problem dachte ich eigentlich das wäre komplizierter aber ich hatte das noch nie ausprobiert also musste das noch nie machen und ja jetzt schnappen wir uns hier meine winter reifen habe ich nämlich einmal in 27 5 und einmal 29 zoll und jetzt dann gehen wir test fahren ich bin richtig gespannt wie sich das ganze auf dem trail anfühlt und freue mich drauf ich hoffe dass ich echt irgendwie einen unterschied merke dass mir das gut gefällt weil sonst muss ich das ganze wieder rückgängig machen 27 5 so und ja da habe ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so viel bock ja wir wechseln jetzt schnell ich glaube der reifen den ich bekommen habe war eh schon tubeless und deswegen sollte das zack zack gehen schaut mal so sieht das aus wenn tubeless milch schon fast ja komplett vertrocknet ist das heißt da wäre es eh ja bald nötig gewesen neue milch rein zu packen ich bin jetzt gespannt ob der reifen wirklich gut drauf passt keine ahnung nehme ich wie das hier mit der größe und so weiter ist aber ja eigentlich sollte das ja funktionieren so nach zwei anläufen bis der schlauch an allen seiten gleich gesprungen ist haben wir es jetzt geschafft und den alten reifen ich muss dann in ordnung machen hier leute ja wir packen jetzt zusammen und dann geht es ab auf ein paar trails jetzt sieht es halt andersrum komisch aus der größe ist der und der ist schmaler aber egal das andere war auf jeden fall zu fett konnte ich noch nicht fahren schreibt mal in die kommentare ob euch das interessiert wenn ich das bike mal komplett auf 27 5 umbauen weil ich habe noch ein reifen bzw laufrad hier übrig und könnte es theoretisch auch komplett auf 27 25 mal fahren jetzt erstmal das mal setup testen und dann mal gucken wie mir das gefällt ja schreibt es gerne mal in die kommentare ob ihr das gerne mal sehen würdet wir sind ja am abhil mich zieht vor ich habe den turbo eingeschaltet ich sage schon direkt beim abhil mit dem jetzt mullet setup so was von verspielt beim abhil das ist echt next level ne spaß beiseite luft ist drin geblieben beim tubeless humbau immer ein gutes zeichen ich muss sogar noch natürlich ein bisschen was ablassen und jetzt schön eine runde radeln damit wir die die runde verteilen aber viel wichtiger ist jetzt ja wie gefällt mir das mal setup rein optisch gefällt es mir schon mal nicht muss ich ganz ehrlich sagen ich finde das sieht immer komisch aus naja wir radeln jetzt hoch und dann melde ich mich vom trail ok so Leute kurz vor der ersten trailer fahrt hier jetzt beim hochziehen habe ich noch nicht gemerkt logischerweise dass der dass die beschleunigung bzw die unterstützung früher aufhört aber wenn ihr es wechselt müsst ihr es eigentlich umprogrammieren lassen ich glaube zwei bis drei km h macht es unterschied wo die beschleunigung aufhört runtergefallen ja ich fahre jetzt übrigens in magic mary ultrasoft super dh karkasse fahre ich normalerweise immer nur im winter auf den trails mit dirty day vorne aber ich hatte jetzt nichts anderes zu hause deswegen musste das jetzt her wir fahren jetzt drei verschiedene trails und alle sind so ein bisschen unterschiedlich ich habe der der letzte ist der technischste ne ja da wird es wahrscheinlich interessant wie sich das anfühlt mit mallet schauen wir mal das wichtigste ist für mich die bremse nicht funktioniert weil wir so einen struggle damit hatten ja ja und Die Strand der Brüder sind hier. Die Strand der Brüder sind hier. Die Bahn hat hier ein E-Bike-Ski gesaugt. Musik Oh, das hinterher schlägt. Hier geht es nicht so rum. Hier geht es nicht so rum. Hier geht es nicht so rum. So Leute, wir sind wieder zurück und das Feedback ist positiv. Es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Auf der ersten Abfahrt war es wirklich ein bisschen komisch, weil es sich einfach ganz anders anfühlt. Aber ich brauche so dringend ein neues Auto. Ein Auto, wo die Räder einfach reinkommen und dann war es das. Weil es ist echt nervig mit dem Hobby, muss ich euch ehrlich sagen. Ja, aber das Feedback ist gut. Also ich werde das Ganze erstmal so lassen und noch ein bisschen länger so testen, um halt zu schauen, ob mir das langfristig auch gefällt. Und wenn mir das gut taugt, dann lasse ich das einfach so. Ja, ich hoffe es hat euch geholfen. Wenn ihr das selber nämlich vorhabt oder so. Bei mir ist so ziemlich alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Also wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, sagt mir gerne Bescheid. Dann mache ich euch dazu nochmal ein Video oder beantworte euch die Fragen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und wir lassen gemütlich den Tag ausklingen. Wir haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Alles perfekt. Abonnieren, kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.